Fast ein Jahr lang führt Russland Krieg in der Ukraine und wir wollen dann auch heute in den Osten des Landes schauen. Dort gehen die russischen Offensiven weiter und wir sehen neue Offensiven im Osten des Landes, die teilweise im Fiasko enden. Wir wollen uns das Ganze erstmal auf der Karte ansehen. Wir wissen, dass seit Monaten schon um Bachmut gekämpft wird. Bachmut, eine Stadt hier im Zentrum der Front. Aber wir wissen oder wir sehen seit einigen Tagen, dass Russland mit weiteren Offensiven versucht hier vorzudringen. Und zwar einmal hier nördlich von Donetsk in der Stadt Avdivka und hier einmal in Wulida im Süden der Region Donetsk. Auch dort versucht Russland mit neuen Einheiten, mit neuen Soldaten, nämlich Soldaten, die die letzten Monate ausgebildet wurden in Russland, eben seit Oktober vorzudringen und Gewinne zu erzielen. Und wir sehen uns einmal an, wie das endet, nämlich überhaupt nicht gut für Russland. Das hier Aufnahmen aus der Nähe der Stadt Avdivka. Und das ist ein Schützenpanzer der russischen Armee mit zahlreichen toten russischen Soldaten, die außen rum liegen. Wir sehen das Z immer wieder auf diesen Schützenpanzern drauf. Und wenn wir da rauszoomen, dann sehen wir, was für eine Katastrophe das hier geworden ist. Denn wir haben nicht nur ein Schützenpanzer, sondern eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schützenpanzer, die hier zerstört wurden alleine, die von einer ukrainischen Drohne gefilmt wurden. Und wir haben eben gesehen, wie es nun mal ist, wie es realistisch ist. In jedem dieser Schützenpanzer sind zwischen drei Mann Besatzung und bis zu acht Leute, die damit transportiert wurden. Das heißt, das sind tatsächlich Massaker, die hier angerichtet wurden unter der russischen Armee, die jetzt eben ihre mobil gemachten, ihre ausgebildeten jungen Männer eben an die Front schickt und nach vorne peitscht. Wir haben auch Videos russischer Soldaten, die sagen, wir wollen das überhaupt nicht. Wir wurden die letzten Monate beispielsweise ausgebildet an der Artillerie, müssen aber jetzt in Sturmtruppen uns eben direkt an die Front begeben. Warum ist das so? Das auf jeden Fall sehen eben aus AfDivka. Und wir schauen uns weitere Szenen an, nämlich aus Wule da, etwas weiter im Süden, und sehen hier, wie eine russische Offensive völlig schief gegangen ist. Nämlich eine Offensive einer Eliteeinheit, der 155. Marineinfanteriebrigade aus dem fernen Osten Russlands. Diese 155. Marineinfanteriebrigade hat seit etwa zwei Wochen die Aufgabe, die Stadt Wule da zu erobern. Und wir haben heute neue Zahlen, die sagen, dass 36 Panzer, weitere 90 gepanzerte Fahrzeuge hier verloren gegangen sind für die Russen und hunderte, wenn nicht tausende russische Soldaten dort gestorben sind. Hier sehen wir also einen weiteren Versuch. Und man muss dazu sagen, wir können gar nicht viel von dem Material zeigen, weil nämlich auf den meisten dieser Videos eben tote Soldaten neben oder auf den Panzern liegen. Deshalb müssen wir aufpassen, was wir zeigen, weil es eben sonst einfach zu grafisch ist. Das ist auf jeden Fall hier mal eine totale, wo wir sehen, ein ganzer Panzerzug wurde hier zerstört. Wir können uns das nochmal im Detail angucken. Dort sehen wir einen T-80 Brennen. Noch direkt hinter ihm steht ein BMP-3, ein sehr moderner Schützenpanzer. Da sehen wir ihn, ein BMP-3 der russischen Armee. Aber auch hier können wir uns das Ganze mal ansehen. Hier haben wir eins, zwei, drei, vier und einen weiteren hier hinter versteckt. Fünf russische Panzer und Schützenpanzer, die hier zerstört wurden. Und das eben nur eine Drohnenaufnahme eben von einem Teil. Wir sehen hier nochmal das BMP-3 dahinter. Auch ein sehr, wie gesagt, ein sehr moderner Schützenpanzer. Einer der besten Schützenpanzer, den Russland hat. Auch der wurde hier zerstört. Das also und hier ein weiterer Panzer, der auch zerstört wurde. Das also riesige Probleme offenbar der russischen Armee, die jetzt um jeden Preis eben zum Jahrestag, zum 24. Februar vorrücken möchte. Dafür auch die Männer und die Panzer mobilisiert hat, aber offenbar nicht versteht, dass die ukrainische Drohnenüberwachung eben so gut ist bei diesen Städten, dass man dort alles sieht, überwacht. Und dass die Präzisionsartillerie Panzerhubitze 2000 beispielsweise aus Deutschland oder M777 aus den USA dort eben bereit ist und nur darauf wartet, dass die Russen vorrücken, um sie dann dementsprechend jetzt hier zu vernichten. Das also die Situation in Wule da im Süden und Donetsk im Zentrum. Weiter im Norden sieht es anders aus. Dort haben wir in Bachmut weiterhin die Offensive der Wagner-Söldner und die geht weiter voran. Das heißt, dort hat die ukrainische Armee weiter große Probleme. Wir haben hier eine ganz aktuelle Karte, wie es eben aussieht in Bachmut. Ja, der Großteil der Stadt wird noch von der ukrainischen Armee gehalten, aber wir sehen, wie einmal hier im Süden, hier im Osten und auch hier im Norden die russischen Einheiten sich immer näher an die Stadt herankämpfen, beziehungsweise auch schon in der Stadt drin kämpfen. Wir haben tatsächlich jetzt den Fall, dass es eben nicht mehr ein paar Meter oder ein paar hundert Meter sind zwischen den bewohnten Gebieten und den russischen Einheiten, also den Söldnern, sondern dass sie tatsächlich an fünf, sechs, sieben Orten eben in die Stadt hineingekommen sind. Und das Problem für die Ukraine ist, dass sie nicht bloß direkt in die Stadt hineingehen, sondern, wir sehen das einmal hier unten, dass sie auch versuchen, die Stadt zu flankieren. Und gerade an diesen Flanken, gerade an diesen Flanken hat die Ukraine ein sehr, sehr großes Problem, denn sie schafft es nicht, die Flanken zu halten. Das ist ein großes Problem. Wir wissen, dass bis zu 5000 Soldaten in Bachmut sind, ukrainische Soldaten, die eben die Stadt verteidigen. Wir wissen aber, dass eben nördlich und südlich davon die Russen weiterkommen. Und auch davon gibt es neue Aufnahmen, und zwar hier der Wagner-Gruppe Krasnachora, ein Vorort von Bachmut, etwa fünf Kilometer nördlich von Bachmut. Der wurde jetzt von russischen Einheiten erobert, weiterhin eine wichtige Straße abgeschnitten. Und wir sehen da hinten größere Häuser und wir sehen auch vielleicht am Ende nochmal hier ein größeres Fabrikgebäude. Müssen wir ganz kurz gucken, da ist es. Hier oben also ganz gut zu sehen. Ein großes Fabrikgebäude, das war eine wichtige Verteidigungsposition der ukrainischen Armee. Sie wird jetzt von russischen Truppen gehalten. Und das ist eben genau das Problem. Wir sehen hier weitere Aufnahmen von westlich von Bachmut, Aufnahmen, die von Ukrainern gemacht wurden. Die sehen, die zeigen, wie eine Brücke über eine der letzten Verbindungsstraßen in die Stadt hinein gesprengt wurde. Und zwar nicht gesprengt wurde von den Russen, sondern gesprengt wurde von den Ukrainern. Was sehr darauf hindeutet, dass man tatsächlich eine sehr defensive Strategie hier fährt. Eine Strategie, die eben nicht darauf abzielt, jetzt mit Panzern beispielsweise in die Stadt hineinzufahren, sondern eher vorsichtig und langsam sich zurückzuziehen, um eben die Russen nicht so schnell vorkommen zu lassen. Wie gesagt, das Sprengen eigener Brücken sieht eher da oder deutet eher darauf hin, dass man erwartet, dass der Feind sich einem nähert, dass der Feind mit mechanisierter Infanterie beispielsweise hier langkommt oder mit Panzern hier langkommt und dass man ihn dort aufhalten möchte. Das Aufnahmen westlich von Bachmut, das heißt für einen Zeitpunkt, an dem die Front sich durch die Stadt durchbewegt hat und die Stadt verloren gegangen ist an die Russen. Wir wollen uns trotzdem auch weitere Aufnahmen ansehen von dem, was die Ukraine jetzt alles neu bekommt und auf was sie auch absolut zählt, um eben in den nächsten Monaten, in den Frühlings- und Sommermonaten eben ihre eigenen Offensiven starten zu können und eben selbst das Blatt wieder zu wenden und die Russen zurückzutreiben. Wir haben hier einmal den bereits im letzten Jahr gelieferten, aber kaum gesehenen Dingo aus Deutschland. Das ist das sogenannte Allzweck-Transportfahrzeug, ATF Dingo. Und wir sehen hier, wie zwei davon im Einsatz sind und sich durch einen Parcours, möchte ich mal sagen, kämpfen. Nämlich hier ein absichtlich angelegtes Wasserhindernis, beziehungsweise nicht absichtlich angelegt, aber das ist ein Übungsparcours, wo sie sich bewegen. Alles deutet darauf hin, dass diese Fahrzeuge noch nicht an der Front eingetroffen sind, sondern gerade in anderen Teilen der Ukraine eben für Trainings bilden, also für Trainings herhalten müssen und eben mit ukrainischen frischen Brigaden nicht an der Front eingesetzten Einheiten gerade dafür trainieren, was nämlich diesen Sommer passieren soll oder im Frühjahr passieren soll, dass eben diese 50 aus Deutschland gelieferten Dingoes eben mit frischen Soldaten, die auf ihn ausgebildet sind, eben auch an die Front versetzt werden, um dann dort mögliche Gegenoffensiven zu starten. Und wir wollen enden mit Aufnahmen aus Bremerhaven vom Freitagabend. Hier ist ein großes Transportschiff aus den USA, was vorher in Plymouth Zwischenhalt gemacht hat, endlich angekommen. Ein Transportschiff mit dem Namen Arc Integrity, ein Autotransporter. Und wir sehen diese nächtlichen Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters und wir sehen, was da drin ist, nämlich die versprochenen, zugesagten Waffen aus den USA. Hier sehen wir einen Bergepanzer, der ist jetzt noch nicht so der Game Changer, aber was wir jetzt sehen, sind eben hier beispielsweise M2 Bradley Fighting Vehicles, also Schützenpanzer, die hier ausgeladen wurden und eben bereitstehen, jetzt in Richtung Osten durch Deutschland durch, eben transportiert zu werden. Der M2 haben wir eben gesehen, davon 60 Stück sollen an Bord sein. Und hier sehr interessant, das sind Humvee-Fahrzeuge, aber auf den Humvee ist obendrauf, das ist der Humvee, auf den Humvee obendrauf haben wir ein Avenger Flugabwehrsystem, was nichts anderes ist als eine Abschlussvorrichtung für bis zu acht Stinger-Raketen. Also Stinger-Raketen, die man eigentlich einzeln eben abfeuert, diese Fahrzeuge können acht Stück davon abfeuern und sollen so bei dem Vormarsch, bei dem ukrainischen Vormarsch eben darauf achten, dass der Gegner beispielsweise nicht mit Hubschraubern oder auch mit Drohnen dort Angriffe startet und den Vormarsch stoppt. Das also Aufnahmen jetzt aus Bremerhaven, ganz aktuelle Aufnahmen eben vom Freitagabend. Und wir sehen mittlerweile ist die Verstärkung für die Ukraine eben, ist in Deutschland angelangt und soll in den nächsten Wochen, spätestens Monaten, nachdem das Training absolviert ist, auch eben in der Ukraine ankommen, um dort endlich wieder ukrainische Gegenoffensiven zu ermöglichen.